einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor so runde 3 also das leckt aber heute aber es scheint alles schick zu sein es war falsch Ich hatte folgendes Problem, ich habe schon zweimal diese Runde aufgenommen, also zweimal mit Rebecca gespielt und habe zweimal extreme Kodierungsverzögerungen gehabt. Kommt sie ab Mensch! Aber wirklich extreme. Das ging gar nicht. Ich habe jetzt mein OBS geupdatet, ich habe jetzt meine Festplatte geändert. Der kommt schon wieder. Aber er tunnelt nicht. Wir haben den Jen fertig, das ist schön. So. Genau. Und hoffe jetzt, dass es jetzt einfach funktioniert. Ich habe nichts an meinen Einstellungen geändert. Gar nichts. Und mit einmal funktioniert nichts mehr. Das ist so ein Piss. Ich sage euch, das geht mir tierisch auf den Sack. Tierisch. Wenn ihr hier schon zu zweit... Ja egal. Nee, du bist allein hier dran. So, weg hier. Ja. Ich hole sie jetzt runter, das ist klar. Da hinten. Bis jetzt sieht es noch gut aus. Dann habe ich aber das Gefühl, dass mein Spiel leicht leckt. Ich habe das. Ich habe das. Ja. Oh, aber. Die haben wir. Ich habe das. Ich kann das. Von der Aufnahme, wenn ich so rüberschiele, sieht es ganz gut aus. Na ja, mal sehen. So, jetzt geht gleich der dritte an. Sehr schön. Vielleicht kommen wir heute mal raus. Das wär ja. Ich hab' meine Glühwe noch nicht gefunden. Oder? Oder? In Kallor. Ich mach' einen Fluchtweg bereit. In Kallor. In Kallor. In Kallor. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2019 ZDF, 2020 Egal. 18.000 sind mehr als was ich sonst schon hab. Oh, da hat gerade das angefangen. Stürmische Brutalität. So. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich auf die nächste Folge von Dead by Daylight. Nein, Survivor. Verdammte Axt. Bis dahin. Ciao.